Musik Heinrich Leisen-Schneider ist der Vizemeister des Jahres 2010 bei den Deutschen Meisterschaften und er belegte den zweiten Platz bei den Basler Open. Oliver Hennigen wird trainiert von Ivo Günnes. Er ist Hochschulmeister und zwar ist er der Vizemeister. Heinrich Leisen-Schneider wird trainiert von Wolfgang Seiden. Musik 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 . Vielen Dank. 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 Vielen Dank.